Willkommen zurück zu Shift Happens. Ich bin wieder hier als Blom und Bismo ist die Ich sage nicht, wie sich das gerade angehört hat. Echt? Hat sich so schlimm angehört? Ja. Mit P geschrieben. Wir sind wieder im nächsten Level. Ich bin schon mal direkt gestorben. Genau, also es gibt ein neues Update. Weißt du, was geupdatet wurde? Es soll flüssiger laufen oder irgendwie so. Bleib stehen. Warum musst du dich bewegen? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, ja. Wo waren wir jetzt gerade? Genau, das Update ist rausgekommen. Und zwar, ich glaube, das soll eigentlich immer ... Oh Gott. Entschuldigung. Soll ich dich da auch kriegen? Endgut. Wir unterbrechen die ganze Zeit ein Update rausgekommen. Die Balance soll verbessert worden sein und etc. Es soll einfach flüssiger, stabiler laufen, weniger Bugs. Das war's. Genau. Und das Netz. Wenn wir uns übers Netzwerk praktisch verbinden, ist es besser. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt da ... Ach, warte mal. Mach erst mal so. Ja, genau. Achso, nee. Die mal drauf auf den Würfel. Ach, das war ja klar. Juhu. Ja, aber so kriege ich die nicht. Aber ich kriege, glaube ich, ich kann den Würfel da gar nicht durchwerfen, oder? Doch, kann ich. Komm, ich helfe dir mal kurz. So bin ich. Und dann? Ach, du wirfst mich hoch. Ja. Ich komme aber nicht hoch. Na, das ist natürlich blöd. Hä? Kommst du da durch? Hä? Aber dann muss ich ja da auch durchkommen. Ich bin schon wieder etwas wurfwütig heute. Ja, ich merke es. Ich bin nervös. Warum? Alles gut, Schätzelein. Ja, wie immer. Warum wohl? Nee. Siehste, ich hau mir einen Schädel an. Ach. Wollen wir ihn haben unbedingt? Nee. Ich glaube, ich komme aber nur hoch, wenn du mich auffängst. Ja, okay. Ich sehe schon. Meine ganzen Skills, die ich trainiert habe, sind alle weg. Ist okay. Deine Reaktionszeit war auch schon mal besser. Du, ich drücke immer E. Glaub mir, Schätzchen. Ich sterbe. Ich wusste, du wolltest mich eiskalt grillen. Nein. Und ich grill mich selber. Das Schöne ist, wir haben mal wieder drei Herzen. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich auch schon gesehen. Also, die Herzen gehen nur weg, wenn wir beide zusammen sterben. Ich weiß gar nicht. Vielleicht sind Plom und Dysmo sogar irgendwie so eins. So eine Schwammelmasse, die eigentlich zusammen gehört. Könnte doch eigentlich sein. Nein. Das wird auch erklären, warum unser Herz bloß weg geht, wenn wir zusammen sterben. Ach so. Meinen Sie? Ich glaube, wir können beide runter, oder? Also, ich ja. Ja, ich auch. Was hast du schon wieder vor? Also, ich werfe dich jetzt hoch. Ja, und dann komme ich zurück. Ich hole die Münzen und komm zurück. Oh. Das war so klar. Ich habe vergessen, erst hochzudrücken. Genau. Ich wollte gerade sagen, wir sollen dir jetzt in dein Wanst wandern. Uah. Das war auch wieder klar. Du, ich habe aber jetzt nichts gemacht. Dass wir nicht zusammen sterben. Ja, weil wenn du dick bist, bist du zu schwer. Ja. Aber kann ich dich, kann ich dich, ähm, ach so. Scheiße. Ich glaube, ich probiere mal einmal, ich weiß schon, glaube ich, was du meinst, dass man... Ach so, kann ich dich nicht hochwerfen eigentlich? Super. Was ist nochmal betätigen? Auch E, gell? E, ja. Ah. Uah. Ah, okay. Okay, jetzt, ich muss den Hebel betätigen und dann kommst du. Magic. Upsa. Jetzt komme ich nicht mal rüber. Darfst du schon. Ich glaube an dich. Mach dich klein, dann geht es leichter. Ups. Ich muss meinen Standards, äh, nicht können, dass es ein bisschen... Gerecht werden. Ja. Ey, Alter, wie komme ich denn da rüber? Ohne, ohne Probleme, wirst du dem gerecht. Das gibt's doch gar nicht. Ich trau mich nicht. Einf... Jetzt auch. Wahnsinn. Wirf mich. Oh, 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 oh. Schau, das ist so fett. Du haust gleich das ganze Ding runter. Ich dachte, ich komme rüber. Aber das ist jetzt auch fies, oder? Ich glaube, da... Oh. Gut, dass ich nicht gesprungen bin. Ja, das ist jetzt... Aber... Nein. Oh Gott. Oh, scheiße. Oh, das ist so ein Zuckerwürfelchen. Ja, ich seh's. Springst du? Ich hab Angst. Dabei... Ich komm da nicht durch, wenn ich dick bin. Ja. Bring du. Super, jetzt setzt du mich auch noch unter Druck. So. Warte. Ähm. Muss ich vielleicht auch? Ich muss auch, oder? Nein! War ja klar. Ja, stimmt. Das kann sein, dass wir beide springen müssen. Ich muss klein werden kurz. Zack. So. Wir müssen in der Luft bleiben. Wie soll denn das gehen? Ah, ich weiß, wie es geht. Ah. Ja. Bring du hoch? Nee. Nee. Nee, wir brauchen... Wir dürfen nicht beide gleichzeitig hochspringen. Der, der klein ist, muss hochspringen. Und der, der dick ist, muss unten bleiben. Frauen. Ja, du bist jetzt klein, du musst hochspringen. Ach so, nee. Du bist zu dick. Meine Güte, du machst mich wahnsinnig. Schau mal, du springst hoch, wenn du klein bist. Dann ist er drinnen. Ja. Dann spring ich hoch. Dann haben wir ja schon den zweiten Punkt. Machen wir das jetzt mal so. Genau, du springst hoch. Nochmal. Warum wechselst du die ganze Zeit? So, nochmal. Nein, ich springe, wenn ich klein bin, dann du. Aber schau mal. Wenn ich oben bin, dann springst du. Aber, ihr macht mal nochmal. Nochmal. Ich komme nicht so schnell hoch wie du. Lass mal mächtig sein. Passt. Ja. Ey, hallo, das waren drei. Die Zuschauer haben es gesehen. Das waren schon wieder drei. Jetzt auch. Ja, also. Gleich den Entwicklern schreiben, dass wir bedrogen werden. Nein. Das machen wir nicht. Das sind so nette Leute. Ich seh, äh, äh. Ups. Ich hol dich lieber erst mal. Ja. Ich will darunter. Du musst klein sein, um darunter zu kommen. Pass auf. Ja, das hab ich jetzt wieder nicht gesehen. Was ist, wenn du da dagegen springst? Ey, weiß ich nicht. Was passiert da? Ups. Ich hab das Gefühl, wir müssen gleichzeitig dagegen springen. Ja, also, einer muss auf jeden Fall runter. Nein. Ja, aber ... Aber wie kommt man an diesen Plattformen vorbei? Ich weiß es. Ja? Ach so, Entschuldige, ich muss dich ja erst mal wiederbeleben. Komm, wir gehen auf die Reaktionszeit von dem Fisch. Ja, und dann? Warte. Nein. Nein. Das hätte ich dir jetzt auch sagen können, dass das passiert. Ja, warum hast du es da nicht gesagt? Ich hab nicht geschaut, dass wir da gegen diesen Ding fahren. Entschuldigung, aber ich dachte, ein bisschen logisches Denken wäre schon da. Ja, siehst du, wie ich das gemacht hab? Ohne mich wären wir immer noch nicht weiter. Okay, jetzt geh ich da hoch. Ja, genau. Und jetzt musst du, dass ich da überhaupt hochkomme, an den Schalter. Und dann musst du es halt noch schaffen. Ich hab doch dagegen. Oder muss ich öfter dagegen? Nein, nein, nein. Das einmal dagegen, das reicht, aber du musst es dann schaffen, zu dem Schalter zu kommen. Ach so. Ah, ja, klar. Sorry. Weil ich mach den Schalter oben, dann gehen die Blitze weg. Dann kannst du zum Schalter. Verdammt! Läuft. Oh. Läuft bei dir. Läuft. Hashtag läuft. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Doch, du hast es geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Echt? Ja. Also, bei mir hast du es geschafft. In meiner Folge. Ach, komm jetzt. Hashtag Fail Bob. Ja, okay. Du hast natürlich auch grad den schwierigeren Part. Ey, komm da nicht rüber. Das gibt's doch nicht. Kann ich nicht. Warte mal, lass mich mal klein machen, dann spring ich vielleicht. Weil du, du, oder musst du groß sein? Das weiß ich nicht. Probier's. Nee, geht nicht. Dann komm ich nicht hoch. Okay. Okay. Ich glaub an dich, du schaffst es. Verdammte Scheiße, Mann. Echt, Alter? Endlich zeigt sie ihr Gesicht, wie sie es da ist. Und unkonzentriert. Nein. Ich bin völlig da. Ja, das schaffst du schon. Das Problem ist, ich will ungerne tauschen, weil ich gerade ehrlich nicht weiß, wie ich da überhaupt runtergekommen bin. Du, alles gut, alles wunderbar. Jetzt fängt sie einfach an zu telefonieren, oder was? Was? Du hast gerade irgendwie gesagt, alles wunderbar. Ja. Ja, zu dir hab ich das gerade gesagt, alles wunderbar. Ach so. Ich hab gedacht, das, äh. Oh, Mann. Komm schon, du schaffst es. Bin auf dich angewiesen. Scheiße. Komm, wir wechseln. Kann ich eigentlich, warte mal, wenn ich da unten bin. Du musst halt schauen, wie. Wie bist du da eigentlich runtergekommen? Ja, das hab ich dir ja gesagt. Keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Ah, so. Jetzt bin ich gespannt. Boah, Mann. Also, liebe Zuschauer, maybe, ich bin zwar jetzt runtergefallen, aber... Maybe it's... Maybe it's... The Peaches. Oh. Ja. Aber ich bin gar nicht tot. Nee, aber jetzt... Lach nicht, das ist nicht witzig. Nee, 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 alles, alles. Du hast gerade die ganze Zeit... Oh, oh, ich hab gar nicht geguckt, wie lange wir aufnehmen. Ist vorbei. Ist vorbei. Ist jetzt hier vorbei, wenn wir durch sind. Zeig ich einfach. Echt? Aber ich glaube, ich glaube, dass wir dann relativ kurz machen, oder? Ja, kurz und knackig, so wie wir sind. So wie wir sind. Klein und fein. So wie wir sind. So wie wir sind. Kurz und knackig, klein und fein. Die letzte Stelle hat uns wahrscheinlich so... Ja, hier siehst du doch. 14, 16. Ah, stimmt. Ja, können wir, können wir, können wir lassen, oder? Was machst denn du? Ich mach gar nichts. Klinken? Hey, aber wir haben den Würfelzucker, Würfelzucker. Also bis jetzt läuft's total gut. Vielen Dank nochmal an die Entwickler. Ach ja, stimmt. Also war jetzt kein Bug. Nee, das war einfach nur die Unfähigkeit meinerseits. Ähm, und ich freue mich sehr. Ich hab gehört, dass es ein Halloween-Level geben soll. Gelesen. Ja, gelesen. Okay, gelesen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich liebe Halloween. Ich liebe ganz arg Halloween. Und da bin ich so gespannt und freue mich auch, wenn der Max Bock hat, das mit mir zu spielen. Dann nehme ich das natürlich auch auf. Ja, auf alle Fälle. Aber natürlich erst zu Halloween. Ja, ich glaube, das kommt so in anderthalb Wochen oder so raus. Also heute. Hoffentlich rechtzeitig. In anderthalb Wochen. Ach klar. Okay. Klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na super, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und vielleicht wollt ihr ja auch mal beim Max auf seinen Kanal vorbeischauen. Er lädt das Video ja natürlich auch hoch. Wenn ihr das aus seiner Perspektive mal sehen wollt. Ja, bei der Peaches könnt ihr auch vorbeischauen, wenn ihr es bei mir seht. Sonst decken sich alle Zuschauer, okay, sie empfiehlt ihn eher, aber nicht umgekehrt. Ja, vielleicht willst du es ja gar nicht. Doch, will ich. Ja, okay. Nee. Okay, super. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.